so leute jetzt mein letztes video für 2016 ich wünsche euch auf alle fälle schon mal einen guten rutsch und ich wünsche euch auf jeden fall viel spaß wir waren schon mega heftig am ballern jetzt hier der verbund hier noch ein bisschen kleinkram richtig viele raketen hier noch an hier ein paar batzen leute spektakel und lights noch hier auch noch ein paar batzen also 0 uhr kann kommen haben sie jetzt eine stunde vor 0 uhr also viel spaß leute guten rutsch wir sehen uns dann nächsten video nächsten jahr wieder bis dahin